Hallo, grüße euch Paraguay Live. Ich bin der Pet und herzliche Grüße, wie immer, aus dem sonnigen Paraguay. So, das heutige Thema Grundstücke und zwar Baugrundstücke. Vielen Dank für eure Fragen. Wir werden auch über die Preise sprechen und auch, wo man am besten und wie man am besten die Grundstücke bzw. Baugrundstücke erwerben kann. Also, bleibt dran. Also, zwischendurch noch einige Orangen. Wir sind immer noch im tiefsten Winter. So, viele von euch haben es ja gefragt, Pitt, wo soll man das Grundstück kaufen? Also, falls ihr bauen wollt, werde ich da oben euch einen Film verlinken, ein Video, wo ich über Hausbau spreche. Auch in diesem Video werde ich es kurz erwähnen. Aber, zurück zum Grundstück. Gut, ich habe es immer gesagt, also Grundstücke könnt ihr im Klassipa, also das ist so ein Immobilienportal oder nicht nur Immobilienportal, sondern Einzeigeportal, wo man auch Grundstücke, Häuser etc., Autos und alles Mögliche finden kann. Und da nochmal, auch im Winter, was ich immer so liebe, die Palmen. Und die Vögel im Hintergrund. So, ich setze mich ins Büro, aber vielleicht besser unter der Palme. Ach, das ist so groß. So, ihr habt aber einen Vorteil, wenn ihr über uns die Grundstücke kauft, dann seid ihr auf jeden Fall sicher. Dass die Dokumente in Ordnung sind. Die Preise. Und wo soll man das Grundstück kaufen? Gut. Also, ehrlich gesagt, vor 19, fast 20 Jahren ist das her, als ich das erste Mal in Paraguay war, habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, wo gehe ich denn hin? So, was war für mich wichtig? Okay, die Nähe zu Großraum Asunción, also Nähe, Auto, gute Autostunde entfernen, habe ich mir gesagt. Zu nah wollte ich an keiner Großstadt sein, weil es einfach zu stinkig, zu laut und zu viel Verkehr war. Das zweite Kriterium war, die Anbindung muss vernünftig sein. Cordillera gekommen. Also, Departamento, dritte Departamento Cordillera, also mit der Hauptstadt Caacupé. Und wir sind ungefähr 15 Kilometer, 16 Kilometer von der Landeshauptstadt entfernt in der Bezirksstadt Piribébui. Ich schreibe euch alles unten, damit ihr auch die Aussprache beherrscht. So, warum Piribébui? Ganz einfach. Also Großstadt, irgendwie Landeshauptstadt, mag ich absolut nicht. Das ist mir einfach zu laut, zu viel Verkehr. Man ist, ich sage mal, man kommt sich etwas fremd vor. Also, ich habe immer bevorzugt die Nähe, Nähe an die Natur, an die Menschen und vor allem an die Paraguayer. Ungefähr eine Autostunde von dem Großraum Asunción entfernt. Der zweite Vorteil, auch ungefähr eine Autostunde vom internationalen Flughafen entfernt. Falls ihr verreisen wollt, wegfliegen in den Urlaub oder nach Deutschland oder in die Schweiz. Nach Österreich müsst ihr nicht den halben Tag nochmal unterwegs sein. Und der dritte Vorteil war für mich ganz einfach die Supernatur, die hier die Ausblicke drumherum und Piribébui gibt. Und der vierte Vorteil, den ich nachher erfahren habe, das sind wirklich also sympathische Menschen. Also, das geht, wie soll ich das erklären, also nicht direkt dörflich zu. Also, wir haben hier am Stadtrand direkt alles vor Ort. Also, es gibt Krankenhäuser, es gibt Apotheken, Ärzte, Einkaufsmöglichkeiten. Es gibt im Prinzip alles. Und das war für uns mit entscheidend. Und deshalb, wie gesagt, also nach fast 19 Jahren zu sagen, wir sind hier in Piribébui immer noch glücklich, denke ich mir, das muss schon was heißen. Also, ich spreche über die heutigen Preise. August 2021. Man hat im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder setzt ihr auf die Stadt, beziehungsweise Stadtrand. Welche Vorteile habt ihr? Okay, man wird älter, ist natürlich kein Vorteil. Aber, ob du willst oder nicht, wirst auch älter. Ich auch und jeder von uns. Also, die Nähe an die Stadt ist schon wichtig. Also, Einkaufen, eventuelle Einkaufsmöglichkeiten. Es gibt schon einige Vorteile, wo man sagt, die Stadtnähe ist wichtig. Man ist im Prinzip am Stadtrand. Ist auch nicht anders wie in Deutschland. Aber, wie gesagt, das hat gewisse Vorteile und deshalb, die Grundstücke sind natürlich wesentlich teurer als auf dem Land. Was heißt teurer? Also, ihr müsst ungefähr hier in unserer Nähe für ein Grundstück von 360 Quadratmeter, also das ist eine typische Lotte. Das habe ich auch schon mal früher erwähnt. 360 Quadratmeter kosten ungefähr, müsst ihr rechnen, um die 10.000 Euro. So, da passt ein Haus drauf. Da kann ich euch ein Video verlinken. Und ihr habt für ein Kleingeld, also wirklich schlüsselfertiges Haus und ein anständiges Grundstück, wo auch die Möglichkeit später besteht, dass ihr vielleicht ein oder zwei Grundstück noch noch dazu kauft als Investition. So, die zweite Möglichkeit ist, ich muss euch, glaube ich, etwas heller machen. So, sorry, so, glaube ich, geht es besser. Paraguay Life. Also, ihr geht einfach aufs Land, wo ihr ungefähr 1.000 Quadratmeter für den gleichen Preis bekommt. Ja, ich spreche von Baugrundstücken voll erschlossen. Das heißt, ihr macht genau wie in Deutschland noch den Hausanschluss, was wirklich hier nur ein paar hundert Euro kostet, maximal, je nach Lage. Und da habt ihr schöne, ländliche, ruhige Lage mit einem vernünftigen Haus. Ja, also die Hauskosten bleiben ja gleich, ob sie hier am Stadtrand bauen oder ob ihr aufs Land geht und baut da euer Wunschhaus. Bei Häuser habe ich schon einige Videos gemacht, da werde ich euch auf jeden Fall hier links sicherlich verlinken, wo ihr euch einen Hausbau, also eine Playlist, anschauen könnt, was den Hausbau angeht. Beziehungsweise, ihr könnt mich ja immer anrufen und dann werde ich euch die Nummer anschreiben, beziehungsweise aufschreiben. Und auch die befindet sich ja immer, also die Kontaktdaten in der Videobeschreibung. Von daher einfach mal anrufen, fragen, also ich bin der Meinung, der persönliche Kontakt ist auf jeden Fall besser, als wenn wir uns eure Nummer anschreiben. Ja, so kennt ihr mich auch von anderen Videos und ich denke, die Entscheidung liegt auf jeden Fall bei euch. Es gibt wie immer Vor- und Nachteile, wie auch immer, wo ihr euch entscheidet. Ich bin, unser Team ist mit euch zusammen und hilft euch gerne. Angefangen von den Einwanderungsdokumenten über Grundstück und Hausbau. Das ist ja mal wichtig, falls ihr natürlich ein Auto braucht, überhaupt gar kein Problem. Man kann es mit Wagen nehmen oder sich direkt für einen eigenen Wagen entscheiden. Die sind gar nicht mal so billig, also weil es im Prinzip in Prag gar keinen TÜV gibt, deshalb sind die Gebrauchtwagen auch relativ teuer. Aber wie gesagt, das mache ich im nächsten Video. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Also bleibt gesund, immer zufrieden, falls ihr Fragen habt, einfach die Fragen stellen. Teilt das Video auch bei anderen, Facebook, Twitter, Instagram. Teilt auch via WhatsApp, via Telegram, damit die anderen auch etwas von haben. Und immer die Fragen bitte unter Hashtag ParaguayLive unterhalb des Videos stellen. Ich bedanke mich für eure Zeit. Bleibt gesund. Bis dann. Also wie immer, hier links werde ich weitere empfehlenswerte Videos aus unserem Kanal empfehlen. Hier oben könnt ihr den Kanal nochmal abonnieren, falls ihr noch nicht gemacht habt. Und auf jeden Fall nicht zweifeln, beifragen, einfach mal anrufen oder auch anschreiben. Ich bin auf jeden Fall da. Vor 19 Jahren habe ich das gleiche Problem in Anführungszeichen wie ihr. Also bleibt gesund, macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao.